So, und allerdings mit neiner Runde auf Mastralia, ähm, ich habe jetzt leider gerade keine Party gefunden, die, ähm, Skilled hat, also, ja, halt nicht so, ich meine, ich könnte halt irgendwie eine Red Scroll kaufen, aber ich will sie nicht extra zurück und dann halt irgendwie Zeit verschwenden, deswegen würde ich sagen, ähm, ich mache ein bisschen eine E-Ao-E und das ist jetzt eh nicht so dramatisch, wie ich finde, von dem her, genau, jetzt muss ich mal nur schnell das F-Tool hier aktivieren, Achso, natürlich nicht auf dem Leadshot, das ist ein bisschen problematisch, hier ist es auch schon drin, ja, natürlich war es drin, na gut, okay, ähm, Self-Buffs haben wir, Ah, ah, nee, 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 alles gut, alles gut, ich wollte gerade sagen, wir brauchen noch einen Vital-Trink-X, aber der ist ja eigentlich unnötig, Oje, 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 oh, shit, okay, ja gut, also unser Schaden ist jetzt, waren letztens bei den Mammuts, oder? Oder? Oder noch nicht? Fuck, ich weiß es halt gar nicht mehr. Okay, gut, aber noch einen Upcut. Ja, naja, 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 das geht schon, glaube ich. Ja, let's go. Okay, 3,4k Damage, wer braucht mehr? Oder ich soll vielleicht nicht so übertreiben? Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Die machen aber gut Damage. Ähm, Action-Slot. Warum habe ich nicht einen Action-Slot draußen? Bin ich blöd? Ja, gut, okay, wir haben auch noch Stun und so, das heißt, das sollte eigentlich schon einigermaßen irgendwie halbwegs funktionieren, glaube ich. Ja, komm, Skills, Skills sind für Noobs. Level 100, yay, nice. Ähm, Ringmaster hat einen Pet. Ich habe immer noch keinen Pet, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Coming soon. Naja, ich meine, der Knight ist jetzt eh nur so ein, so ein, ja, ein Mittel zum Zweck, sagen wir mal einfach mal so. Klar, der Knight ist wichtig und so, und wir auch noch ein paar Minuten hier leveln, aber, ich meine, effektiv ist es halt ein Mittel zum Zweck. Vote bei 5 wird ein bisschen aufgebaut. Pet Experience, EXP, 2%. Soul and Power of Love, okay. Na gut. Bei 9 Level drüber AOE'n ist aber halt auch ein bisschen, ein bisschen krass, wie ich finde. Hm. Ja, Set habe ich nicht gefarmt, bin nicht dazu gekommen, ähm, werde ich aber auf alle Fälle die nächsten Tage machen. Ähm, das ist zumindest mal fest angeplant. Also, wenn ich aber es droppe, wie gesagt, ich meine, ähm, läuft er jetzt nicht immer so gut beim, äh, Setfarmen hier. Also, es ist halt echt ein bisschen, ein bisschen tricky. Aber, ich denke mal, wenn ich jeden Tag so meine zwei Runden hier drehe oder so, dass es dann eigentlich schon funktionieren sollte. So, 34%. Jo. Also, ich weiß noch, wir haben ja letztens, glaube ich, ein paar Mal, ähm, bei den, also wir haben ja noch bei den, bei den Kings gelöffnet. Und wir hatten, glaube ich, so 10% pro AOE ungefähr. Oder waren es 15? Ich weiß es nicht mehr genau. So, auf alle Fälle können wir uns schon glücklich schätzen, dass es hier so läuft, wie es läuft eigentlich. Also, ich sage jetzt mal, so ein drittel Level. Naja, gut, wir hatten, glaube ich, schon ein bisschen was. Wir müssen mal darauf achten, wie viel das wir generell pro Level kriegen. Äh, pro AOE, meine ich. Bin mal gespannt. Warte, wir kritten, warum kritten wir eigentlich? Haben wir 18% Krittrate? Okay. Ich weiß nicht, ob wir die Krittrate kommen, aber irgendwie haben wir welche. Keine Laune. So. Naja, also ich meine, solange Ringmaster einen Pad hat, ist es halt okay, weil dann können wir halt das Ganze zu Geld machen. Ich meine, die drei Astrid-Tickets mit 30 Millionen sind jetzt auch ein bisschen was, aber, ähm, die können wir halt somit wirklich locker finanzieren, effektiv. Ja, ich müsste, glaube ich, auch mal irgendwie ein bisschen längere Aufnahmesessions machen. Wobei, ja, lange Aufnahmesessions. Es ist halt immer so ein bisschen so eine Gradwinderung. Einerseits halt so, klar, ähm, ähm, je mehr man halt einfach, ich sage jetzt mal, ähm, nicht nacheinander macht, aber je mehr man halt eben auf einmal macht, ähm, desto besser ist einfach der Fortschritt und halt eben der Progress generell. Ähm, im Video, im Let's Play, am Charakter. Aber andererseits ist es halt auch echt schwer, halt irgendwie, ich sage jetzt mal, mehrere Stunden aufzunehmen. Das braucht halt wirklich schon echt viel Lust auf Live dann. Und viel Lust zum Reden und viel, ähm, ja, viel, viel Gesprächsstoff, sagen wir mal so. Ich meine, damals habe ich noch mit Tom aufgenommen und so, das waren halt irgendwie ganz andere Zeiten. Das war halt wirklich richtig witzig. Und wenn man natürlich jetzt noch einen zweiten hat zum Aufnehmen, also hat natürlich auch andere Nachteile, weil da müssen halt natürlich beide halt irgendwie zur gleichen Zeit da sein und meine Aufnahmezeiten sind komplett fucked. Ich bin entweder, entweder mich mittags auf unter der Woche oder halt irgendwann in der Nacht, so um 23, 24 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, ähm, so in der Richtung. Und das Problem ist natürlich auch so, meine Aufnahmezeiten sind absolut nicht mehr kompatibel mit irgendeiner Form von zivilisiertem Leben. Ähm, also, das ist, ähm, der Zug ist komplett abgefahren. Und, gut, ich meine, Tom macht das auch irgendwas anders, der ist, äh, habe ich glaube ich schon mal erzählt, der arbeitet jetzt als Wissenschaftler für Robotik oder so, keine Ahnung. Der baut irgendwelche, ja, ich sage mal so eine Art Unterwasserroboter für, boah, ich weiß es nicht mehr. Für irgendeinen Planeten, glaube ich, den die NASA, äh, bereisen wollte, wo irgendwie Wasser ist. Fragt mich jetzt nicht mehr, welcher das war. Also schon noch hier, ähm, in unserem Sonnensystem, aber, ähm, ich weiß nicht mehr, welcher das war. Und ja, ich habe auch, ich habe auch in der Schule Zugang aufgepasst. Ich habe in der Schule nie aufgepasst. Genau. Auf jeden Fall, der macht jetzt irgendwie die richtig fancy Sachen und, ähm, der hat natürlich für sowas wie Flyfe jetzt einfach keine Zeit mehr. Und auch keine Lust wahrscheinlich. Ähm, ja. Ich meine, die Arbeit, Abenteuer, die wir hier erleben, irgendwie so, uah, haha, irgendwie so bei Bambutier-Leveln 30% machen. Ähm, das erlebt er halt im Real Life. Nur, dass er halt in irgendwelche krassen Durchbrüche schafft oder so, wo halt andere vielleicht, äh, lang dran gehangen sind oder so. Ich weiß es ja nicht, ich habe ja keinen Plan. Ich weiß nicht genau, was er macht und so, aber, ja, mittlerweile, ja. Der macht schon auf alle Fälle coole Sachen momentan. Hatte ich aber auch gar nicht so auf dem Schirm irgendwie so. Ich meine, generell auch, wenn man mal so drüber nachdenkt, so, er war, er war damals oft mal irgendwie ein Video mit dabei. Also, im Prinzip eigentlich bei jedem Video. So, gerade die, die alten Videos, die alten Flyfe-Videos. Und, ich habe es, also, so klar, er wurde halt in der Schule schon immer so als, als kleine Einstellungen bezeichnet und so. Aber ich dachte mir halt so, ja, das ist halt, das sagen halt, also, ich meine, jedes, jeder, jedes Elternteil oder jede Mutter sagt so, ja, mein Sohn ist hochbegabt und so. Und sagt halt jede, sagt halt jede Mutter irgendwie, glaube ich, das ist, glaube ich normal. Und ich dachte mir halt so, ja, das sagen die halt in der Schule und so und erzählt halt so und, keine Ahnung. Ich habe mir halt nicht so wirklich viel dabei gedacht und so. Und dann hatten wir halt irgendwie ein paar Jahre keinen Kontakt und dann kommt halt so ein Discord so, ja, lass mir ein paar Runden irgendwie BOT zocken oder was dann und so. Und dann erzählt halt so, ja, hier war ich übrigens und da bin ich gerade dabei und hier ist so ein Fernsehbericht, den die über mich gemacht haben oder über uns gemacht haben und so. Und ich denke mir so, what the fuck? Also, da war ich ja echt, da war ich, da war ich echt ziemlich geflasht. War schon eine, war schon eine krasse Sache irgendwie. Oder ist eine krasse Sache generell, dass der einfach so weit gekommen ist. So, also, ich muss sagen, ich weiß es schon, also ich würde schon behaupten, dass die Fly-Spieler generell eher viel Geld haben. Also, geht es nicht ums Geld, sondern einfach darum, dass sie natürlich auch gute Jobs haben. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass viele, dass aus vielen was geworden ist. Nicht jeder ist so wie ich, der halt irgendwie... Gott, hier, das muss man nicht so erzählen, wird es einfach blöder. Ähm, der halt irgendwie in der Abschlussprüfung daheim hockt und Fly-Spieler zockt. Nicht jeder war wahrscheinlich so. Und auch nicht jeder, ähm, weiß nicht, hockt generell jetzt daheim. Äh, und, ähm, zockt halt noch immer Fly-Spieler 24-7. Das glaube ich halt zumindest jetzt eher immer nicht. Ähm, aber ja. Es gibt natürlich solche und solche. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ob das jetzt irgendwie überdurchschnittlich viele sind, äh, die einen guten Job haben oder nicht. Aber ich würde halt mal so sagen, so gefühlt, gefühlschlässig würde ich mal sagen, die meisten haben eigentlich ganz gutes Geld zur Verfügung. Also, ähm, die Menge an Donatern, die halt wirklich, ich sag jetzt mal, über 100 Euro ausgeben, für eine Fly-Season, ich meine, das ist nicht meine Umfrage, die ich letztens gemacht habe, sondern, ähm, von Seiten von, ich sag jetzt mal, eher Insider-Informationen, also halt, ähm, was wir in anderen, andere Admins halt so berichten, ähm, dass da halt eben schon auch Leute dabei sind, die halt gerne, gut und gerne über 100 Euro zahlen, donaten. Und halt teilweise auch gut und gerne mal 1000 Euro donaten oder so. Also, die gibt's auch. Und ich meine, klar, also mit Birchie-Geld wird das, glaube ich, halt nichts. Und, ähm, ähm, äh, ja. Ich denke mal, dass da viele schon ein gutes Einkommen haben. Natürlich, die können einfach auch, ähm, Scammer sein. Ein indisches, äh, Scam-Call-Center betreiben oder so. Nee, äh, die können dann auch irgendwie, ich sag jetzt mal, einen relativ einfachen Job haben, sich halt einfach selbstständig gemacht haben und dadurch eben gutes Geld verdienen. Ähm, das machen halt viele. Aber, ja. Nee, also ich denke mal, ich denke mal, dass es schon echt einige gibt, die einen guten Job haben. Ähm, ich meine, ich kann jetzt natürlich fragen, ich kann auch eine Umfrage mal machen dazu. Wäre vielleicht auch mal interessant. Ja, man weiß halt nie, ob dann jeder halt so ehrlich halt antwortet, wenn ich, also, wenn ich jetzt irgendwie so drei Optionen mache, was hast du für einen Job oder was hast du für vier Optionen? Was hast du für einen Job? Gar keinen, äh, irgendwie so Mindestlohn, ähm, Mittelstand und, ähm, weiß ich nicht, Millionär oder so. Dann, ähm, glaube ich, rollen halt einfach viele rein und sagen so, ja, hier, hab schon mal zehn Lambos in der Garage und so. Das, ähm, ja, ich denke nicht, dass ich da wirklich, ähm, brauchbare Antworten krieg. Ich muss es vielleicht ein bisschen anders da formulieren oder so. Yay, ein Frozen Giant, Mammut, wuhu. 95 Prozent. Nein, komm, komm, komm. So, ich schaue mir dem noch die Aktien an. Alter, die Aktien sind ja momentan, oh, mein schönes Geld. Die Aktien sind so am Crashen, das ist halt nicht mehr normal. Sterbe ich jetzt? Ne, warte, ich bin schon 101, das ist jetzt nicht mehr eigentlich. Ähm, ja. Das ist kein Talfahrt mehr, das ist echt schon, weiß ich nicht, ein Talsturz oder so, keine Ahnung. Oh, nee, es ist, es ist echt nicht mehr schön. Also, ich bin so weit weg von meinem Allzeithoch. Ich bin zwar schon vierstellig davon entfernt. Schon lang vierstellig davon entfernt. Ja. Ich meine, gewissermaßen konnte man zwar absehen, dass es da schon so eine kleine Blase gibt und so. Was heißt eine kleine Blase, eine große Blase. Generell, ich meine, die Aktienkurse, die waren ja, oder generell die Börsenkurse, die waren ja komplett entkoppelt von der Realität. Ich meine, es gab in vielen Ländern, ja, nicht in vielen, aber in einigen Ländern gibt es eine Rezession. Und die Aktienkurse halt so, ja, heute mal 10 Prozent, ja, heute mal 8 Prozent, dann nochmal 3 Prozent oder so. Und natürlich, ich meine, die Aktien sind immer weiter gestiegen, die Wirtschaft, die Realwirtschaft ist immer weiter abgestürzt. Und das kann natürlich nicht ewig so weitergehen. Ich weiß halt nur nicht, ob es Sinn macht, jetzt komplett zu verkaufen. Halt eben, weil vielleicht einfach ein Börsencrash kommt. Ich meine, schau mal her, die Banken gehen pleite. Immer noch, seit, seit eineinhalb Jahren etwa so. Erst vor ein paar Tagen sind aus China 40 Banken über Nacht verschwunden. Ich meine, China ist halt natürlich auch mal so ein lustiges Land so. So, ja, da sind sie einfach weg, die sind jetzt nicht mehr da. Und auf jeden Fall, ja, die Banken sind pleite, die, viele Unternehmen gehen, also ich meine, schon mit Insolvenzen an. Nicht nur in Deutschland, auch europaweit, gerade Frankreich. Ich meine, Frankreich ist sowieso, also was die gewählt haben, die sind dann komplett lost. Was heißt nicht, was die gewählt haben, aber was, ja, schon auch, aber was halt da für Fraktionen zustande kommen. Und, holy shit, das ist ja, ja, Frankreich ist, Frankreich ist RIP, in jeder Hinsicht. Aber auch Deutschland ist RIP. Ich meine, irgendwie 47% dort nehmen wollen, auswandern. Oder halt eben weg aus Deutschland. Have fun. Natürlich wird der DAX einstürzen, das ist selbstverständlich. Und ich meine, der einzige Grund, warum da DAX halt nicht eingestürzt ist bisher, oder noch lang nicht eingestürzt ist, und sich so lange halten konnte, war halt einfach, weil Krieg einfach sauviel Geld bringt. Ich meine, ohne Rheinmetall wäre der DAX halt, ich weiß nicht, der wäre halt, der wäre halt komplett baden gegangen. Ich glaube, Rheinmetall ist doch im DAX, oder? Die wollten mal im DAX sein. Ich glaube, die müssten auch im DAX sein. Ich meine, das sind doch mittlerweile locker, locker unter den 30, Top 30 Unternehmen. Beziehungsweise wahrscheinlich sogar unter den Top 10, wenn nicht sogar Top 5 Unternehmen in Deutschland. Mich zumindest wundern, wenn nicht. Ja, aber halt gerade die Kriegsbranche ist das Einzige, was Deutschland gefühlt einfach für Wasser hält. Und auch die Steuereinnahmen halt irgendwie gewährleistet. Ich meine, stell dir mal vor, Rheinmetall würde jetzt halt in den letzten Monaten halt einfach schon baden gehen. Oder wenn der Krieg jetzt einfach dann endet, dann, holy fuck, dann will ich da raus sein. Dann will ich erstens aus Rheinmetall raus sein, dann will ich aber auch aus allen deutschen Aktien raus sein. Und am besten auch aus Deutschland raus sein. Weil wenn die ganzen Arsgeier da halt nicht ihr Geld kriegen, dann... Also damit man jetzt halt irgendwie... Weißegal, was, Lindner, Habeck und Co. Dann kommt es wieder, ah, wir kriegen zu wenig Geld, ah, Steuern rauf. Ah, Mehrwertsteuer, ah ja, oh. 90 Prozent, haben wir schon lange nicht mehr angefasst. War zwar auch damals nur temporär von 16 auf 19 erhöht worden, aber ja... Ähm, 23 Prozent ist doch besser als 19 Prozent, oder? Ey, ich meine, ich callse schon seit Ewigkeiten, es wird halt kommen. Es wird halt safe kommen. Und wenn die Steuernahmen einbrechen, dann werden halt die Steuern erhöht. Also... Da warte ich eigentlich nur drauf. Ja. Ja, das Ding ist, ich komme halt einfach nicht raus aus Deutschland. Das ist halt echt die große Scheiße. Und das Ding ist auch jetzt, wo es halt... Also ich behaupte es mal zumindest. Ich weiß es natürlich nicht, aber... Ich behaupte mal, die Zeichen stehen auf Börsencrash, die Zeichen stehen auf Finanzcrash, die Zeichen stehen auch auf Bankencrash. Ich bin jetzt kein Crash-Prophet normalerweise. Ich bin immer long. Ich habe noch nie irgendwas... Doch, ich habe mir was geschwörtert, was mit einer Krypto. Ähm... Aber... Ja, ich sehe die Chance auf einen... Auf einen großen Crash halt schon echt sehr groß. Weil ich meine... Schau mal die Inflation an. Ich meine, was natürlich immer... Viele Leute gar nicht vergessen, die sagen so... Ja, jetzt haben wir jetzt 2% Inflation. Ich meine, zum ersten ist das halt schon mal so schön gerechnet. Zum anderen muss man sagen... Wir haben halt 2% Inflation, während wir halt 3,75% Zinsen haben. Leitzins. Das heißt, wenn du halt den Leitzins von heute auf morgen auf 0% senken würdest, hätten wir halt diese 2,6% Inflation plus 3,75% Inflation von heute auf morgen wieder. Das heißt, ähm... Ja, die ist halt nicht weg. Wirklich. Also... Weil die Wirtschaft halt eben kacken geht oder abkacken geht und dann halt deswegen die Zinsen gesenkt werden. Dann muss halt eben die Inflation wieder steigen und so. Das heißt... Also, ja, ich denke, man bräuchte halt irgendwie Leute, die halt wirklich richtig Ahnung von Wirtschaft haben oder wirklich Hardcore-Kapitalisten sind, die halt wirklich ordentlich Gas geben, um uns da rauszuholen. Aber das sehe ich nicht. Also, ich meine... Das wird ja nicht passieren. Ich könnte mir vorstellen... Ja, die Folge wird gerade ein bisschen politisch vielleicht. Aber ich könnte mir vorstellen, bevor in Deutschland wirklich eine wirtschaftsfreundliche Regierung kommt und ich weiß nicht mal, wie die CDU damit reinstellen will, keine Ahnung, schwer zu sagen. Aber ich glaube, bevor das passiert, ist es fast sogar noch wahrscheinlicher, dass irgendwie so eine Mischung aus Rot, 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 Grün kommt. Also, Linke, Wagenknecht, SPD und Grüne oder so. Also, selbst das halte ich noch wahrscheinlicher, als das wirklich eine wirtschaftsfreundliche Regierung kommt. Aber ja, ich meine, selbst mit FDP ist es halt... Ja. Kannst halt... Kannst es auch in eine Tonne hauen einfach. Weil da kommt einfach nichts bei rum, was irgendwie Sinn ergibt. Aber ja, gut, ich meine... Wenn man so überlegt. Wirklich, wenn man nur so überlegt. BSW ist damals aus den sonstigen Parteien entsprungen. Damals gab es so 13, 14, 15 Prozent Wähler der sonstigen Parteien. Mittlerweile gibt es BSW mit 7 Prozent und sonstige Parteien mit 13 Prozent. Es zeigt einfach so, wie verzweifelt das auch einfach die Leute sind. So, die wollen eine Änderung, die wollen, dass sich was ändert. Aber... Naja, effektiv... Ich meine, es ist vielleicht nicht ganz fair, BSW halt irgendwie als sonstige Partei zu werten. Aber effektiv wählen halt 20 Prozent sonstige Parteien. Naja... Also ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Das, ähm... Das wird alles, glaube ich, noch ziemlich lustig. Naja, ich habe nur ein bisschen Schiss, weil ich nicht weiß... Was ist aktuell besser? Aktien behalten oder nicht? Verkaufen vielleicht? Oder... Lieber verkaufen und Bargeld behalten? Aber wo lagst du das Bargeld, wenn halt gerade die Banken, ähm... Also wenn eigentlich so die nächste Bankenkrise ansteht, kannst du nicht auf der Bank lagern. Ich meine, du kannst Gold kaufen und dir das halt irgendwie in die Wand einmauern oder so. Okay, aber... Ist das halt so der Weg, den du halt gehen willst? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist, den ich gehen will. Das ist halt auch einfach... Ah, ich weiß nicht. Ich weiß es echt nicht. Na komm. Ich brauche echt mal eine Party mit Skills hier. Wait, hier ist eine. Jawohl, let's go. Nice, sehr gut. Das gibt es hier alles. PVE... Learning Boost. 5% mehr XP. Ach, wie auf CW. Okay, das ist cool. Alter, wie viel Schaden, dass ich mache. Dieses doppelte Link da, was es da gibt. Ja, das doppelte Link ist echt krass. Das ist eigentlich, glaube ich, das ist, glaube ich, das Link aus, ähm, Fly of Universe. 10k AOE Damage. Das ist krass. Ich würde es mal trinken. So. Gleich zum Monat 5, dann könnte man auch mal endlich ein besseres Set tragen. Das ist ein alter Set, natürlich schon sehr geil. Ja, mal schauen. Okay, 104. Wir haben bei 99, glaube ich, gestartet, oder? Genau, 5 Level Absatz haben wir schon gemacht. Geht insofern wirklich schnell. Es gibt einen Yacht-Rassil-Stick und einen Knuckle. Also generell eine Yacht-Rassil-Waffenserie. Okay, wusste ich gar nicht. Bin ich mal sehr gespannt. Ja, ich meine, gut, ist er noch sehr, sehr weit entfernt. Aber ja, mal schauen. Ich meine, vielleicht erreichen wir es sogar irgendwann mal. Aber kommt halt, ist er von so vielen Faktoren abhängig. Ja, nee, kann ich jetzt nicht sagen. Vor allem, bei mir ist es momentan so, ich komme halt eigentlich gar nicht mehr so arg zum Flifezocken. Ich meine, ich versuche halt so gefühlt alle happy zu machen und so. Aber halt so wirklich, ich sage jetzt mal so 3 Stunden jeden Tag zu zocken, das ist überhaupt nicht mehr drin. Es liegt vielleicht auch ein bisschen an einem gescheiterten Tagesablauf, der einfach nicht so, der einfach zu viel Ineffizienz und weiß ich nicht, was beinhaltet. Den kann man aber auch nicht so einfach mal schnell fixen. Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig dann. So, 60 Prozent, nice. Ach ja, ich vermisse eben so ein bisschen die Zeiten von damals. Wo es da halt mit x Leuten hier in Flifelevels oder so, beziehungsweise wo es da einfach mit einem Freund hast. Wo es da einfach mit einem Messenger aufmacht, dass da sind Freunde alle drin, sieben halt so, ah, der hat so und so, der kommt so und so voran. Der hat schon 3 Level mehr als ich, oh fuck, ich muss nachziehen und so. Und welchen Dungeonfarben als nächstes. Und, ja, ist das irgendwie, ist das, ja, ich meine, das Ding ist, ich, klar, ich habe zum Beispiel auf DC aktuell eine Gilde. Und da bin ich einfach so der Inaktivste fast, gefühlt. Was heißt, ich bin inaktivste, also, ich bin gewissermaßen der halt am regelmäßigsten online ist, aber halt trotzdem halt nie lang online ist. Und natürlich könnte man sowas schon haben, wenn man will. Ähm, ja, aber es liegt da einfach vielleicht auf mir selbst ein bisschen. Ich meine, aber auch die anderen sind gar nicht mehr so, ähm, ja. Ich glaube, es liegt einfach so ein bisschen an der Verfügbarkeit. Sehr viele Spieler haben halt auch einfach gar nicht mehr so die Zeit irgendwie halt den ganzen Tag vor dem PC zu hocken, zu zocken. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das mag ich so viel kontrovers sein und so. Aber für viele, und mich eingeschlossen, ist die Luft, glaube ich, aus Flyfe mittlerweile raus. Zumindest insofern raus, dass die sagen, du, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Also, ich habe, ich habe noch Lust auf Flyfe. Es ist halt immer noch irgendwie so das beste MMORPG, was es halt gibt. Für mich, für uns. Aber ich habe halt gar nicht mehr so Lust irgendwie, dann jeden Tag dann acht Stunden, äh, da drin zu verbringen. Und ich glaube schon, dass es halt irgendwie ein großer Faktor ist, der vielleicht auch ein bisschen unterschätzt wird. Ich glaube schon, dass wir halt schon an einem Punkt sind. Und, also ich fühle es zumindest schon so, dass wir halt an diesem Punkt langsam erreicht haben. Genau. Na gut, ich habe jetzt knapp eine halbe Stunde gelevelt. Ähm, 29k HP haben wir erreicht, 105. Ähm, die HP stand ziemlich gut. Das können wir theoretisch auch das 105er Set tragen. Joa, haben wir noch nicht, aber coming soon. Genau, in dem Sinn, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.